So, aber ich krieg schon ein kleines Netz da rüber. Ach so, bestimmt da oben wieder dran drehen. Okay. Hä? Ja, toll, ich seh schon, dass ich hier verreck. Ist der Kleine jetzt hinterhergelaufen? Ach, Quatsch. So, da haben wir auch irgendwas. Gut, der ist down gewesen. Ach der, scheiß. Och, noch rein, ich lasse dich nicht, und raus. Hä? Hä? Was sind das für Geräusche? Ach, das sind wieder so kleine Wauwaues. Habt ihr nichts besseres zu tun, als mir hier auf den Sack zu gehen? Oh, da haben wir noch eine kleine Beats. Wo ist das denn hin? Hä? Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Wenn ich hier irgendwas bewegt, mache ich hier auch was anderes. Das Tor kriegt man so nicht auf, alles klar, jetzt müssen wir nach oben. Ich suche aber das klingt, die Tierchen. Komm mal raus. So, holt denn das immer ab? Was ist mit dir? Ja. Gestorben. Äh, ja? Hä? Was ist mit dir? Gestorben. Äh, ja? Hä? 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 Okay, ich kann mit denen auf jeden Fall nichts... Was ist das denn das? Ein Ries oder was? Wie weiß ich das denn das? War die Nase? Aber warum macht denn das Tier nichts? Hm. Okay. So, wir müssen das hier bewegen. Wohin? Hier rüber bestimmt, hä? Warte mal, ich gehe erstmal hoch und gucke erstmal, ob es hier noch oben irgendwas gibt. Wo ich auch was anderes mache. Mhm. So. So, schieb mal den Mist. Das meckert doch bestimmt, weil es zu weit war. Gut. Warte mal, ich muss erstmal hinter die Tür. Ich hab hier noch was gefunden. Was ist denn? Ah, noch mehr, da. Vielleicht durch das rümse Tor da oben? Wie komme ich denn da hoch? Ich würde da auch gerne hochkommen. Nein. Das hält sich da ernst. Wollte ich schon sagen. Aber was ist mit den kleinen Tieren? Was hat denn das mit den Tieren auf sich? Was ist denn die ganze Zeit rum? Da kann man nur von der anderen Seite anheben. Ach so. Da hätten wir eher... Ah. Gucken wir mal kurz hier hinter. Schau. Noch eine Laterne. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas besonderes daran. Das spüre ich. Was ist jetzt los? Jetzt hängt bei mir... Ach so. Ich wollte schon sagen. So. Okay. Bevor ich da lang gehe, gehe ich hier über die Brücke, wenn das geht. Ach ne. Geht nicht. Ist ja schade. Okay. Was haben wir hier? Bleibt das um? Also so wie es aussieht, muss ich das Ding jetzt auch noch schieben. Also hier rüber. Oh, das geht nur auf der Bahn. Aber ich komme da nicht hoch. Da hinten. Ich kann nicht hochkommen. Was hat das mit dem Tier auf sich? Äh, warte mal. Oh. 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 Don't go. Ich bin doch mal wieder euer Fuchs. Oh. 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 da ist auch nichts na guck mal kleiner warte mal ganz kurz ich habe hier gerade mal ein bisschen andere sachen vor ok also komme ich doch da hoch da muss ich jetzt mal über die brücke da lebt noch ja 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 Oh, die Bastard. So, da haben wir noch einen Odins Auge. Zack. Haben wir hier das Licht an. Oh, Alter, was ist denn das da alles unten? Äh, hä? Ach, ist das jetzt durch das Licht gestorben oder verstehe ich jetzt nicht? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, ich muss nochmal da hoch. Kommen wir hier hoch nochmal? Ja, warte mal ganz kurz. Also ist das durch das Licht gestorben, alles klar und hab dadurch jetzt so einen Haufen Zeug bekommen. Das ist ja geil. Also denke ich jetzt mal, dass das jetzt deswegen war. Da haben wir noch einen Lebenden. So. 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 Schade, was haben wir jetzt hier? Schuppenhüftschutz der Konzentration, Stufe 3, jawohl, unten zwölf, Abwehr, legen wir an, haben wir da schon mal was blaues, so, hier haben wir noch einen grünen Orb, so, dann müssen wir es jetzt geschafft haben, muss ich das Ding hier wieder rumschieben, oh Mensch, da finde ich es besser was zu tun. Okay, das war es erst mal soweit. Oh Gott, da können wir ein Tor aufmachen, äh, warte mal, hätte ich das wahrscheinlich hier oder stehen lassen sollen, oder? Scheinbar, warte mal, ich gucke das mal schnell da hoch, können wir irgendwas drehen, wir drehen einfach mal. Achso, das ist immer noch das, alles klar, okay, dann muss ich das Ding jetzt hier rüber ziehen, dass ich da auch hoch drauf komme, alles klar. Ah, ja, warte doch mal. Ich muss auch ein bisschen was kaputt machen. Falkenflug, bespürt Spektralfalken, die sich in den Boden stürzen, boah, wie geil, für wen ist das? Was? Für ihn. Betäubung, Schaden, aber macht Ruhen, das ist geil. Das probieren wir mal aus. So, warte mal, das Stoß wollen wir kurz runter. Ne, du sollst noch nicht runtergehen, das ist doof, dass der das nochmal gleich macht. Beihö. Beihö. Kein App. Guck. 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 Geschafft. Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Loko. Einen Weg finden. Muss ich erst mal hier runter. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Pastor. Ist das krass. Ich hoffe, er hat nie seine Ruhe, Alter. Reicht zusammen, Junge. Komm. Oh, was macht er denn jetzt? Jetzt ist er lila. Warum ist der lila? Warum ist der lila? Warum ist der lila? Warum ist der lila? Ganz ruhig. Boy. Komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ganz ruhig, mein Freund. Ah, komm. Ah, freilich, jetzt kommen wir noch so. Ah, komm, mach dein Ding an, Junge. Ah, komm, mach dein Ding an. Jetzt wird raus. Ja, leck mich nicht am Arsch. Ja, leck mich nicht. Komm, mach deinen Ruhenscheiß-Bähn an, Junge. Komm, 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 komm. Das gibt's doch auch nicht. Schießt auf den Sack, Junge. Ja, Vorsicht! Das ist einfach zu hart. Zurück zum Rad. Leck mich nicht am Arsch, wie er den da ausschaltet. Oh, was haben wir denn hier alles Schönes noch? Geil. Okay. Frostflamme. Das war jetzt zu hart, Alter. Wie er das Ding wieder hochgefeffert hat und dann einfach nur so drauf geworfen und den seinen Kopf zermatscht. Zu hart. Das ist noch zu hart, einfach nur zu geil. Okay. Okay, war ein kurzes Päuschen. Okay. 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 Okay.